ja hallo zusammen da bin ich wieder mit meinem let's play zu dino kreis 2 liebe leute ganz genau und ja wir sind beim letzten mal hier in edward city angekommen und haben uns richtig geile waffen besorgt zum einen den passern knacker und zum anderen die kettenmine und wir haben uns hier schon durchgekämpft und wir haben david kennengelernt beim letzten mal david das ist noch ein kollege scheinbar und genau den müssten wir jetzt suchen beziehungsweise er ist nach edward city gegangen regina ist man jetzt nur vorgegangen und wir müssen jetzt hinterher leute gut genau seeufer 1 wir haben tatsächlich eine neue waffe aber die habe ich gewechselt weil die zu heftig ist für das was hier rum läuft und ihr merkt wahrscheinlich und boot ein verlassenes motorboot der boden des bootes wurde beschädigt das könnte es vielleicht von etwas im see angegriffen worden sein könnte sein schulock ihr seht es wahrscheinlich habe die grafik wieder angepasst das war mir einfach zu pixel ich die figur also ich weiß nicht die figur seht ihr wie das wasser dadurch stillen fließt ja wie gesagt leute sorry wenn die hintergründe wieder so komisch aussehen aber ich habe sich ausgehalten dass die figur so übelst pixel ich war so was ist denn das schaut mal da leute dylan sei nicht so unhöflich zu regina was willst du denn find gentleman hier das ist davids zeichen ja ein cowboyhut cool leute dann müssen wir weiter gehen hier oh gott was ist das denn da geht ja gut egal was du willst will okay hier in die kleinen dinge rum gut dass ich die waffe gewechselt habe von dem kanzler knackert gut dass ich die waffe gewechselt habe weil der panzer knackert da wäre bei denen zu heftig geworden okay da und du gehst direkt sterben so bei denen ist es halt auch vorteilhaft dass man im lauf und schießen kann oh mein gott die sind nämlich so schnell das und was war dann nehme ich lieber meine schlumpfeis kanone wieder ich wollte ohne schaden sagt sich die sagt gesichte ja das neuer und ja liebe leute dann freue ich mich dass wir wieder hier eingeschaltet habe bei deiner böse 2 wie war jetzt hoffentlich ja david finden wie er überlebende gefunden hat tatsächlich das war ja unsere mission am anfang dass wir hier überlebende finden und genau dann würde ich sagen einfach mal der nase nach hier seeufer 2 2007 50 leute wisst ihr was ich zeige euch jetzt mal diesen shop und diese waffe sagt einfach so rösten die dinger ja kann man auch ich werde die allerdings gleich brauchen die zwei waffe so dann würde ich sagen machen wir jetzt noch mal kurz die dinos hier weg wenn sie sich denn zeigen hallo und da ist einer schieß auch gott sei dank ist noch einer das zwei ok und das noch einer sehr schön jetzt kommen sie alle angekackt hier die kleine die kleinerer bauken hier habt ihr noch nicht genug ja habt ihr noch nicht genug aus der forschungseinrichtung so und da ok ich meine ich sehe gar nichts schieß einfach ich meine die monik kostet ja fast nix also auch mal hinter lauf mal hin und her hier waren das schon alle ziehen nicht euer ernst doch scheinbar ok gut leute jetzt kommt höhle 1 kein schaden ok jetzt wird es interessant dort blockiert ein fels den weg im gegensatz zu den anderen felsen ist er knack kalt halte ich du kannst ihn mit der kettenmine zerstören genau leute das heißt ganz genau leute und dann würde ich mal sagen wir gehen in diese hülle rein waffe bitte den panzerknacker ich glaube da kommen diese fetten dinger drin okay eine höhle leute ach du scheiße was ist das denn jetzt oh mist wegen interferen ach nee das ist das normal okay wegen interferenzen kann die karte nicht angezeigt werden okay das ist natürlich realistisch was ist das denn hier heute sieht das geil aus schaut mal hey das sieht richtig gut aus aber die lava ja gut ich habe keinen jetzt keine traglast mehr objekteilung ihm das kleine kam so dann das große bitte mit schaut euch mal die lava an die sieht richtig gut aus finde ich für ps1 verhältnisse krass da ist die lava die fließt daher wow cooler cooler bereich echt was ist das denn was ist das denn hier kommt irgendwo dampf raus okay höhle 2 okay was kommt jetzt ok schaut mal schaut mal das ding an und leute diese teile die sind verdammt heftig so und und draufschießen seht ihr das wie viele schüsse die vor wie viele schüsse die von dem panzerknacker brauchen diese teile leute und nein ach doch so und panzerknacker panzerknacker hallo was zur hölle warum triffst du nicht wo die kann man auch so kaputt machen ja aber ich habe das lieber wenn ich die auf dem bauch lege wie die gesagt haben so diese diese die teile die sind übertrieben leute übertrieben schaut euch die an und bam so jetzt sind die höhlen dinos hier die brauchen drei schuss da ist ja wohl nicht wahr so die brauchen drei schuss worte okay dann leg dich bitte wieder hin und du auch das war knapp glaube ich so die erinnere mich echt an diese fetten teile aus deiner crisis 1 das große bitte das hat schon seine gründe warum die hier mit die pics verteilen da ist noch einer war und da ist auch noch einer war der liegt auch sehr gut hier wurde ach verdammt mich verdammt haben die mich gekriegt hier ja aber so viel schaden machen die gar nicht ok es war klar dass ich wenigstens einmal von denen getroffen werde aber dann auch von den letzten oh man ja gut egal wir haben genug punkte höhle 3 wartet mal brauche ich hier unbedingt den panzer knacken schaut euch das an naja das ist wartet mal brauche ich hier unbedingt die panzer knacken erwartet mal nehmen wir die plasma kanone und dann machen wir hier so ach nein wir können deutlich spaß haben wir damit umgehen wenn wir die plasma kanone genau mit dem der kettenmine kann man auch die feuer aber ich habe die idee leute ich habe eine idee fällt der da rein schade ich guck mal alter um gottes willen bloß nicht hältst du da rein schade die plasma kanone ok was ich sagen wollte die kettenmine kann auch diese steine sprengen ach gottes willen die penner so ich kriege schon ein bisschen was an schaden von denen aber es ist nicht so viel ach schaut mal da ist wieder dieses hut zeichen hey nix da du du erst mal so und dann du da ist wieder dieses hut zeichen von david boah krasse höhlendinos hier du höhlendino ach so schlau seid ihr ja nicht gerade aber okay so kommst du du kommst ne du kommst und bam schade ich würde die ganz gerne mal versuchen da in die lava reinzuschubsen ach schaut mal jetzt sind wir wieder hier in dem bereich okay komm komm her du komm her ha 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 es geht tatsächlich das geht tatsächlich dass man die einfach da rein schubst geil hammer okay das wieder die witz zeichen okay wir sind schon mal richtig geiler bereich hier mit der höhle oh ne scheiß richtig guter bereich finde ich geil gibt es noch einen bereich tatsächlich höhle vier hier gibt es auch noch ok 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 hier kommen auch wieder welche links oder rechts mach mal beides auf ich werde wahrscheinlich eh in beides wissen da ist wieder ein ding und es macht jetzt legte doch hin so und hier und bam hey was so ah hier liegt nur ein medipack ist mittleres habe ich noch heilung ich habe alles voll mit großen ja wartet mal wartet mal ich brauche ja keine wiederbeleber aber objektheilung mittleres habe ich noch zwei ja komm dann fülle eben auf und nehme das mit dann ja die teilen hier schön medipacks aus was soll gut auf einmal hinter mir hinter mir raus ja wollte mich ja von hinten angreifen da ist noch einer da ist noch einer sogar zwei kann ich zwei auf einmal dafür sind die auch zu krass schaut mal da leute die vulkanhöhle da so bam vor die punkte oh schau ich das an die punkte was haben wir hier noch was ist hier oh nein ach verdammt verdammt dann macht den kaputt hier los und den dahinter die auch um gottes willen so die sehen interessant aus finde ich wie so Käfer oder so sehen die aus wie riesenkäfer hier verdammt nochmal da ist noch einer ist das noch einer ja das ist noch einer tatsächlich und hier und bam so krass heftiger bereich hier noch einer die wolf die kriegen aber auch nicht genug ne so aber die da wir haben ja zum glück die richtigen waffen dafür die kriegen wir ja kaputt das ist ja nicht das problem alter oh so haben die mich wieder gekriegt haben die mich wieder gekriegt hier oh ich hab noch oh fuck ich hab nur noch vier ähm schuss von dem ding hier krass okay machen wir es bald mal oh hier geht's raus schon ah hier geht's schon raus karte immer noch interferenzen okay ähm hier geht's schon raus krass aber gut dann haben wir den höhlenbereich erstmal kommandostation innen aha okay kommandostation ach direkten computer ist das das ist aber zu wütig vom spiel ey direkten computer so shop wie denn ne raketenwerfer hol dir den ey sehr zerstörerisch hammer das ist die beste waffe im spiel dieser fucking raketenwerfer boah leute jetzt haben wir wirklich ausgesorgt jetzt haben wir wirklich mit waffen wirklich zumindest auf der seite ausgesorgt richtig gut so dann alles auffüllen ja das ding hat nur noch drei schuss das war sehr nützlich in der höhle boah wir haben den raketenwerfer oh mein gott okay ähm waffe zum nachladen an die werkzeug nix okay cool ähm dann leute oh wir haben den raketenwerfer direkt der ist das ist die kräftigste waffe im ganzen spiel ich zeige euch den mal gerade waffe hauptwaffe raketenwerfer doppelhändig schaut euch dieses scheiß fett teil an bam das ist es ist so übertrieben aber gut ähm erstmal bitte nicht ähm bitte kein raketenwerfer ich will jetzt erstmal hier weiter so was haben wir denn hier kommandostation ah okay oh geil ha 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 okay ha 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 okay 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 wir kriegen unterstützung wir kriegen kostenlose unterstützung du hast signalfeuer ich glaube gelange mit hilfe deines partners der die deckung gibt durch dieses gebiet durch das signalfeuer deine zweitwaffe kannst du deckung von deinem partner bekommen wo ist das was ist das denn hier okay okay ich muss diese waffe abfeuern und dann feuert erne wieso ist denn der rot wieso ist denn der allosaurus rot hier so geil 950 punkte aber alle saures hier action hier muss ich okay die macht das mal kaputt danke da ist wieder einer wieder so ein roter es wird echt das netz hier von den nest hier von denen oder machen wir die male kaputt war jetzt hört doch mal auf dillen ich hab doch hey warum willst du mir nicht so dann und schießt drauf zwei auf einmal sehr schön kommen da noch mehr wenn ich zurückgehe da kommt dass ich noch mehr auch ein kopf wie geil aber okay ja das macht nichts dass ich das schaden kriege ich habe genug medipex und komm schießt verdammt so jetzt hier ja das ist ach das ist gar nicht so leicht kommt macht bereit und ihr kommen jetzt jetzt hör doch mal auf mich zu beißen so ist kaputt gibt aber keine punkte ist noch einer da ist noch ein herkommier pistole das war gut das war so gut kommen jetzt noch mehr okay doch doch da sind wieder welche was das für medipex ein kleines ein kleines habe ich aber nicht dann machen wir mittleres kommen halte ich mal wieder hoch und wir kommen ja so aua und ab am dillen kommen jetzt hier egal einer ist kaputt der andere ist auch kaputt wunderbar leute so dann aber jetzt hier noch mehr da kommen noch mehr groß geil wie geil und ach verdammt so dass noch einer haben wir geile das macht spaß leute das macht echt spaß hier so dillen teamwork hier angesorgt dafür kriege ich irgendwie keine punkte ich glaube die kommen endlos hier raus kann das sein oder haben was jetzt ich glaube wir haben es aber wir haben es tatsächlich okay gut dann würde ich sagen wir sind durch mit regina so dillen jetzt sei doch mal nicht so pampig zu ihr okay weiter geht es für die leute ich wollte schon sagen okay und lauf verdammt mich so regina kommt wartet mal mit dillen habe ich ja eigentlich den panzer knackern kann aber warum soll ich da die muni verballern wirklich so okay da kommt irgendwie keiner mehr raus da ist wieder einer sehr schön kommen ja das ausweichen das ist hier schwierig das ausweichen das ist hier echt schwer beim zwei auf einmal geil da kommt jetzt noch einer raus hier wollte noch mehr haben von dem guten zeug tatsächlich die kriegen nicht genug ne und bam sehr schön schön ausgewichen hier so und babam aua aua du sack und komm wunderbar hier so na komm das macht das ist das kleine ne so ok dann hier und ausweichen nach verdammt zum glück kriegen wenn nicht so viel schaden durch die neue weste und aber zweier kombo wieder geil so die folge ist gleich schon wieder voll auch ne leute das geht immer so schnell und hier das war ein konter okay und warum sehr gut regina schießt sehr schön das ist geil so mini spiel mäßig richtig gut ist noch einer ihr wollt wirklich alles haben hier gefahr jetzt wo ich mich mal langsam heilen objektheilung mittleres die halten ganz schön viel aus auch naja wohl geht geht eigentlich man muss nur treffen können so jetzt haben wir es aber oder jetzt haben wir es sehr gut gut dann können wir jetzt das kleine mitnehmen das kleine kann ich noch gleich benutzen dafür bin ich noch zu voll okay wir haben es sehr schön hier geht es weiter okay geht es weiter ja gut aber hier muss ich einfach das ding kaputt machen lassen genau und weil sie folge voll auch nö ich wollte eigentlich noch weitermachen aber gut was haben wir hier sehr perfekt kleines mini pack gut ich glaube dann kriegst diesen lkw kaputt ich glaube nicht gut dann hier und sehr schön regina danke dir so haben wir es jetzt hier sind wir durch oder muss jetzt noch mal regina ran so ich hoffe wir müssen die hoch ne ja genau genau wir müssen hier hoch einfach genau es gibt noch mal action okay es gibt noch mal action mit regina hier tatsächlich auch noch mal mit dinos okay das haben damit hätte ich jetzt nicht gerechnet gut leute dann wird die folge ein bisschen länger ja das wusste ich natürlich nicht das ist jetzt so dass es da 13 gibt ja da sind noch mehr da vor mir genau dann kommen und rein sehr schön und dann hier und dann das ist action vom feinsten leute auch ist das geil ist das geil so ja macht ihr nur ihr seid böse das ist sowieso aus als ob ihr sauer wert hier habe ich doch gar nichts getan ihr wollt doch mehr davon ihr gebt doch nicht auf hier hallo soll jetzt aber wo die sind flink dylan es schießt kommen aber haben so na komm kommt der schießt doch sehr schön der andere ist auch kaputt und wir haben sehr schön leute dann haben wir es gleich auch mit regina geschafft da ist wieder einer gespawnt na komm das war ein geiler schuss na komm das war ah warum denn ach so da habe ich zu schnell gedrückt na ja gut na dann ja komm auch zu gut kam wie das equipment weil sonst wäre das echt böse geworden das ist das geile finde ich an deine crisis 2 diese mini spiele hier richtig hammer so objektheilung kleines bitte so und dann hier auch noch mal da ist noch einer na komm wunderbar und dann hier auch noch mal auch verdammt so haben wir es jetzt bald mal oder wollt ihr noch mehr ich glaube wir haben es tatsächlich gut leute dann wird es in 30 minuten folge was kann ich dafür wenn die nicht genug von dem guten zeug kriegen wir haben es geschafft regina gerwitter auch hoch und dann haben wir die nächste szene alles klar so schmeiß weg so wie viele punkte haben wir jetzt für den bereich einiges wahrscheinlich 34.000 und meine station außen und kommt noch eine cutscene oder was nein ok gut liebe leute karte und station außen das ist tatsächlich ok verstehe leute das war ja eine ziemlich action geladene szene dann würde ich mal sagen heute mache ich jetzt mal schluss wir sind mittlerweile bei 30 minuten angekommen und ja liebe leute wenn euch diese folge gefallen hat dass wir doch mal gerne mal ein like oder ab und da was die glocke leute da würde ich mich sehr freuen und ja dann würde ich sagen wenn ich euch noch einen schönen abend oder schönen tag du tschü 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 t Vielen Dank.